hallo leute willkommen zurück zu The Outer Worlds. Wo sind wir? Ich weiß es nicht. Achso wir haben mir das Ding abgegeben. Wegballern die Viecher da unten. Raumschiffmodell. Hallo. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich habe gar keine Ahnung. Da bin ich auch ein bisschen müde. So, Karte. Da hinten müssen wir hin. Ah ne. Gut. Unreliable. Gut. Was nehmen wir jetzt für Quests? Was haben wir für eine Quest jetzt offen? Ja. Schleckte Sterne. Komm. Waffen aus der endlosen Leere. Machen wir das. Was hast du denn Feines? Na komm. Ja. Ja. Lass ich hin. Erstmal nach oben. Didn't I request no more fertilizer shipments be brought on board? Ja. Ja. Ähm. Zack. Gut. Suche nach Hinweisen. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Jemand mal da denn? Süler. Landeplatz dahin. Wieder ein bisschen quer durchs Eifling. Das ist ja auch möglich. Oh. 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 Robi. Lass mal hier. Was haben wir denn noch Süler? Oh. 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 muss man hierhin naja kommt hier runter hier runter kann ich die noch nachladen ja wohl noch auf tasche rot security roboter hallo genau kurzschluss läuft würde ich sagen gibt es auch fragen natürlich nicht der wunsch ist glücklich mülleimer perfekt was haben wir denn hier feines höh auf so mehr oder weniger können wir noch irgendetwas verkaufen verkaufen haben wir nicht viele bei versungen wow Oh. Alles klar. Was haben wir denn hier? Suche nach Hinweisen. Okay. Zack, zack, zack. Protokolle. Okay. Gibt es hier noch irgendwas? Nein. Jetzt ist es wieder zurück. Jo. Nehmen. Oh, er läuft, würde ich sagen. Wo muss ich denn jetzt hin? Zum Monarchen wieder. Oh. Gehen wir erstmal in die Gefahrenzone. So. Gefahr. Gefahr. Wissen wir. Ja. 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 wir denn hier mich irgendwie schnell reisen sich in die nähe reisen gegner muss er wirklich hinlatschen mich niemals an dass die geschichte er ist weg sehr schön nichts besonderes das vieh ich hoffe ich rüber kann ich da hin bei den laufer eine runde dry goods and thundry my dry goods come 75% guaranteed mold free was that 75% mold free no rubber necking make a buy or move on bei das sind hier feines annehmen annehmen gut das war das region was sind hier kaputt das schloss ist nicht das problem schon starten zurück ich kann verzeichnis immer noch verschlossen also das was habe ausge ich bitte passwort eingeben aha letzte antwort frage 2 befindet sich im einkaufszentrum was tust du und darin liegt der angriff auf die forschung und deine partner genießen gesunde und liebevolle beziehungen das findest du heraus dass ihre kinder nicht genehmigte geschichten vorliest und viel erfolg jawohl kann die waffe eigentlich da haben wir sie hera 2 frachtladen ein glibbergewehr was hast du ich muss noch ein weg geben dem minister wesenheit einschleisen hohohohohohohohohohohoho liquidationsspitzel ist wow i'm not one of your bne specialists i just provide intelligence some of the guards hang around billingsley's house of inebriation between shifts house of inebriation count me the hell in maybe you could do some reconnaissance there you know swipe a key while nobody's looking like a key while i'm looking at you just remember you didn't hear it from me slow i've always been fascinated by birds if you ever research earth species there are thousands of them so colorful and distinct here we got 11 flavors of the terror rays and not much else that kind of variety i mean gosh seems almost impossible all of them trying to eat you the other thing about birds though is their environmental indicators exactly i started thinking about everything we see around helsium and all the things we don't see what is b for starters you rarely come across anyone living in byzantium who wasn't born here even though we get ships in all the time doesn't that seem strange to you and then there's the way nothing gets fixed there used to be a suggestion box around here people would drop ideas in nothing ever came of them of course sure that part is that's why they install shredders in those boxes after all but one day the shredder broke no one came to fix it and since it wasn't working we didn't have anywhere to file our complaints so you can imagine how messy things got i bet your repair folks couldn't find parts back in edgewater i'd have to take something apart just to put another thing back together might have been the paperwork here you have to append forms to your forms and law help you if there's a single dash out of place at first management put up an out of order sign but that just seemed to worry people like they were advertising something wasn't working they eventually took the whole suggestion box sign down so that people didn't have any expectations about it but they never fixed it never replaced it doesn't that seem on to you oh god damn except that's not how they go at least that's not how they're supposed to go in myzantium if things are broken here of all places then i'm starting to think there ain't a hope left in this colony things have kept on running this long right or so i used to think the whole episode made me wonder if they can't pick something as simple as a suggestion box what else aren't they fixing after a while i got connected with our mutual friend and started using my position here to feed him information when i could that's it really rest là yeah 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 and here's the clown eck is a underhose offbathschutz helm Aha. Kann ich ihn also beklauen? Jetzt darum hin? Du musst auch an so eine komische Karte kommen. Ruheständler. Okay, kann man nicht noch ein bisschen Schleichen machen? Ja, komm. Mehr habe ich nicht. Annehmen. Vorteile. Unterwegs bist du? Nein. Muss das so eine scheiß Karte geben? Na, gucken wir uns hier mal um. Die ist zu. Hier war der Aufzug. Sieht hier nichts. Sieht hier wie nix. Sieht hier. Sieht hier. Das war jetzt optional. Ja, ist schon geblockt. Gerade nur Stahl. Das müssen wir auch noch abgeben. Wir sind da oben. Mal gucken, was noch optional ist. Ja, Luxus-Munition. Luxus-Munition. Was haben wir denn hier? Wir gehen, dass ich sitze. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Stand back, you. I'm part of Minister Clark's personal detail. And that means you got to keep five feet back at all times. Oh. Of course not. But I'm not on the job right now. The others took me out to celebrate on account of me just getting hired and all. He's basically the most important person in the colony, which makes me the most important guard in the colony. Yeah. That means I got a key to the minister's estate. My own personal idealysis issued shotgun. They don't give those out to just anyone. Yeah. Glückwunsch. Yeah. I have nearly made it to the top, my friend. I'm just two promotions away from my own. I'm just two promotions away from my own. I've got a few bricks. Ah, 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 ah. Oh, um, he's, uh, medium height with like, mittelfarbigen Haaren. Mittleren Gesicht. Ah, 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 ah. Wirklich viel sagen. Oh, you definitely recognize him if you saw him. He's very important. That's a great idea! I'll have a Spectrum Vodka. Captain, I can smell him from clear over here. I reckon he's had a fair number already. Sure have, cause today's my big day. He's got powerful good ears too. And a powerful thirst. You, uh, you have a Spectrum Vodka for a new pal? Leider hab ich keine. Oh, maybe they got some at the bar. Okay, wir sollten Vodka kaufen. Hallo Mister. Have you tried our new cocktail? Ja. Then you'll want to speak with our auto-mechanical inebriation assistant. Located just over there. Hier ist der Barkeeper. Kommt zum Punkt. Wollte fragen, was du hast. Ey, ich will doch nur was zu trinken haben. Hm, der will was zu trinken haben. Kommt zum Wodka her. Gibt's den Verkaufsladen? Du, Essensausgabeeinheit. Gibt's den Verkaufsautomat? Irgendwo? Oh. Ich will den Verkaufsautomat geben. Nimmerlich. Was können wir denn kaufen? Nichts. Ich weiß aber dabei. Luxus-Munition. Granatwerfer. Hast du den Feines? Zeig mir, was du hast. Glammwerfer. Ja. Okay. Jetzt mal Schaden. Okay. Irgendwie was. Ich will diesen komischen Wodka herkriegen. Hm. Mann, ja. Hat die Backen. Such zu. Hier ist der Fahrstuhl. Alter, wo krieg ich jetzt diesen komischen Wodka her? Das ist so seltsam. Urstandsplatz. Die Stadt hier ist absolut seltsam. Kann man hier irgendwas kaufen? Nee. Was haben wir denn hier? Lass Kontakt nehmen wir natürlich mit. Gah. Welche Bürger? ich gebe sie garantiert. Irgendwie weit dort am anderen. Rum. Rum haben sie schon mal da. Klar, das ist doch mal hier. Marple syrup. Das ist ein komisches Wasser. Das finden wir noch. Das Zeug finden wir alles noch. Wie es klonen muss, ist mir auch egal. Was hast du denn hier? Was haben wir denn hier? Wenn ich öffne, ich habe die Axt. Ich habe keinen Bock hier 65.000 mal durch die Welt. Neh. Hallo. Sieht der mich? Was denkst du, was du machst? Gut dann, weiter geht's. Okay. Kann die seine Unterbuchse nicht öffnen? Wird die doch wohl irgendwo auftreiben lassen, dieses Zeug. Was ist das hier? Auch nix. Was steht denn da? Ja. Ja. Die Jews. Das ist ja auch nix, Männer. Ja. Bye. Sirup. Rum. Ja. Hier kriegt man wieder Waffen, ne? Komisch. Und Wodka kriegt man hier alles, ne? Hier und Pictures. Hier vielleicht. Um. Das Spektrum wird da Yellow. Mal den zu müssen. Da. Ich will ja nicht noch ein Yellow haben. Okay. Der ist toll, weil sie von diesem Wodka verkauft ist. Wir nutzen. Was hast du? Wir sind auf der Freude. Stopp mit dem Intercom. Ich muss das nicht nehmen. Ich bin der Juniure Assoziatorin. Ich muss das nicht nehmen. Ich bin der Juniure Assoziatorin. Ich muss das nicht nehmen. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Ah guck. Vielleicht funktioniert es mit dem. Man weiß es nicht, ob es noch einmal funktioniert. Komm. Fahrstuhl fahren ist doch langweilig. Ich komme. Na komm. War schon oft genug da. Auch runter. Reicht, dass wir es wissen? Ja, na ba. Reicht. Wurde grad gehen. Ich schaue den anderen Weg. So. Ja, ist doch. Der rote Gramm. Gut. Wer kann mich jetzt verarschen? Ich könnte einen Drink vertrauen. Was ist er denn? Von wen redet der denn? Welche Bürger? Ich könnte einen Assisten. Ja. Ja. Das ist der Hass. Der ist das Alltag. Ja, komm. Nehmen wir alles mit. Oh mein, das ist echt immer so kompliziert. Ja. Komm. Komm. Musik. Okay. You know. mit türen schließen eine komische wache ausgeraubt eine komische schrotplitte ich da hin hier lang oder Balkon muss ich sagen stungszeile oh Gott alles klar so Leute lasst uns in der nächsten Folge bis zum nächsten Mal Vielen Dank.